Das ist sehr häufig, dass der Verstand denkt, hier ist es nicht so gut, da drüben ist es viel besser. Und wenn du dann drüben bist, ist er wieder nicht glücklich, dann möchte er woanders hingehen. Man muss ja nur mal auf eine Autobahn in Europa gehen, da sieht man ja tausende von Autos, die immer die Autobahn hin und her fahren. Das ist schon lustig, wenn man bedenkt, dass die Leute in ihr Auto gehen, weil sie denken, dass es dort drüben besser ist, als da, wo sie sind. Und das ist der Verstand. Unser Verstand ist nie zufrieden mit dem, was hier ist und sagt uns immer, drüben ist es besser. Und das ist eine ganz wichtige Strategie des Verstandes, die man verstehen muss. Weil das verursacht eine Menge Leiden. Weil es ist ja mit Wünschen verbunden. Deswegen sind wir dann nie wirklich zufrieden mit dem, was ist. Und das ist, wenn du wirklich präsent bist, da ist der Verstand nicht da. Da gibt es kein Denken an die Vergangenheit und keine Projektion in die Zukunft. Deswegen mag das Ego nicht wirklich präsent sein. Weil das Ego dann wegschmilzt. Und es widersteht, indem es dich immer mit in die Vergangenheit nimmt, wo es besser war, oder in die Zukunft, wo es besser sein könnte. Und der Höhepunkt dieses Verhaltens ist am 31. Dezember ungefähr viertel vor zwölf. Wenn fast die ganze Menschheit plant, dass das nächste Jahr besser wird, als das vergangene Jahr. Und dummerweise beginnt das nächste Jahr in nur 15 Minuten. Also da ist nicht wirklich Zeit, dass vieles sehr anders sein kann. Beim 2. Januar dann ist das schon dann ein bisschen enttäuschend. Dann ist das nächste Jahr schon da, und es ist dem alten Jahr ziemlich ähnlich, und was kann man denn da tun? Das ist das Schöne, wenn du wirklich präsent bist, dann löst sich dieses Ego auf, dann gibt es ja niemanden, der da ist. Es ist eigentlich ganz einfach. Dieses ganze spirituelle Ding ist sehr einfach. Und das ist das Schöne, wenn du wirklich präsentest, dann löst sich das Schöne, der da ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020